NVIDIA RENGINE Dieses Spiel verfügt über eine automatische Speicherfunktion Das ist eine kleine Speicherfügt über eine kleine Speicherfügt Und damit hallo und herzlich willkommen zu Resident Evil 7 mal wieder. Wir starten das Spiel. Neues Spiel. Irrenhaus. Der Schwierigkeitsgrad kann mir das Spiel nicht geändert werden. Im Schwierigkeitsgrad Irrenhaus benötigen sie Audiokassetten, um ihr Spiel zu speichern. Gut. Ich konnte nicht weiterlesen. Hey Baby. Ich wollte dir nur schnell hallo und ich liebe dich sagen. Oh, gute Nachricht. Ich komme bald nach Hause. Yay! Ich kann es gar nicht erwarten, mit diesem Baby-Sitter-Job fertig zu sein und wieder zu Hause bei meinem geliebsten Mann zu sein. Ich vermisse dich. Ich liebe dich, Ethan. Ich vermisse dich so sehr. Ich schicke dir tausend Küche. Tschüss Baby. Tschüss Baby. Ethan. Du hattest recht. Ich habe dich angelogen. Das war falsch, aber... Ich will dir nur eins sagen. Wenn dich dies erreicht... Such mich nicht. Okay, ich spiel vorbei. Wir suchen dich nicht. Nein, aber... So böse sind wir jetzt nicht. Wir suchen dich schon. Hallo? Hey, hier, äh... Ist Ethan. Oh, hey. Du warst auf einmal verschwunden? Ja. Ja. Nein, mir geht's gut. Mir geht's gut. Das ist Mia. Sie ist nicht tot. Sie lebt. Sie... Sie ist zurück. Sie wurde gefunden. Wie? Was ist passiert? Ich weiß nicht. Tja. Ich weiß nicht wie. Aber sie ist zurück. Wieder zurück. Vielleicht ist es ein Scherz. Sie will, dass ich komme und sie hole. Wo ist sie? Dalvi. Dalvi, Louisiana. Mann, es sind jetzt drei Jahre. Ich weiß. Ich weiß. Aber was, wenn sie es ist? Ich muss rausfinden, was passiert ist. Wir sehen uns um. Und damit noch einmal hallo und herzlich willkommen zu Resident Evil 7 auf Irrenhaus. Ich bin doch verrückt. Was tue ich mir hier an? Hier sollte es sein. Ja. Dann rennen wir hier mal lang. Wir kennen das Spiel ja ein bisschen. Schaufe Hinweise. Dann versuchen wir Irrenhaus mal einen Rekordzeit durchzuspielen. Nein, wir schließen uns nicht an. Oh, hallo, Daddy. Hast du gerade hier durch die Wand gebeamt, wie bei Harry Potter? Das funktioniert schon mal ganz gut. Wir sind doch irre als irre. Das kann doch nicht sein. Das macht doch nicht so einen Krach. Machen wir hier den Hahn mal zu. Na lecker. So, gucken. Die geht nicht auf. Dann gehen wir mal hier hoch. Nimm uns die Audio-Kassette. Hupf, falsch. Sonst stecken wir die Kassette hier mal rein. Komm schon, komm schon, komm schon. Alter. Jetzt gehen wir ein Stück zurück. Jetzt haben wir hier in die Trich gefunden. Äh, Video beenden. Das Video brauchen wir nämlich nicht. Wir brauchen nur den Dietrich. Den wir nicht im Inventar haben. Haben wir was vergessen? Hier geht noch mal zu. Ah ja, ich hab was vergessen, ich Idiot. Entschuldigung. Jetzt macht er noch mal Buu, ne? Niedrich. Ja, komm mal, Profi. Halt mal die Klappe. Ich bin gut. Neuer Plan. Wir machen zuerst einen Rundgang im Inneren. Danach filmen wir das Indruck. Genau wie immer also. Nun, sag diesmal den Namen der Sendung, okay? Kein Problem. Heute bei Sewer Gators. Ein weiteres wertloses Drecksloch. Zufrieden? Jetzt komm. Komm, tritt die Tür ein. Ja, komm. Ja, komm. Hallo. Ja, hallo. Laufen wir? Ne, wir tun nur so. Jetzt ist es offen. Lass mich durch. Nach dir. Mal gucken. Jetzt haben wir hier ein Bild drin. Wir enden. Jetzt rennen wir hier hin. Eine antike Münze. Perfekt. Antike Münze. Hinhocken. Hallo. Ja. Vorsichtig, die Leiter runtergehen. Aua. Verdammt. Verdammt. Okay. Ich hasse Wasser. In solchen Spielen. So. So. Perfekt. Hallo Mia, ich komm und lass dich da mal raus. Holzenschneider. Ja. Man nennt's ja auch Mia. Hallo Mia. Hallo. Gott sei Dank hab ich dich gefunden. Ich bin's, Ethan. Ethan? Du solltest nicht hier sein. Was meinst du? Du hast mich kontaktiert. Nein, nein, hab ich nicht. Hab ich? Hat dich jemand gesehen? Hat er dich gesehen? Wahrscheinlich ja. Daddy kommt. Wir müssen gehen. Daddy? Wir müssen gehen. Jetzt! Wohin führst du mich? Zu einem sicheren Ort. Lass du mir erzählen, was hier los ist? Süße, du warst drei Jahre weg. Drei Jahre? Wirklich schon drei Jahre? Nein, 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 keine drei Jahre. Ja, natürlich drei Jahre. Komm, hallo. Ja, ja. Hab ich mir das eigentlich angeguckt? Komm, bewegt dich. Mia. Was ist das hier? Was haben sie dir getan? Wir müssen erst hier raus. Ich glaube, es ist hier lang. Dann glaub mal weiter. Ja. 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 Das war nicht ich. Aber das hast du. Hab ich nicht. Okay, gut. Erzähl mir nur, was hier los ist. Ich sag dir alles, was ich weiß. Wir müssen hier entlang. In das bist du noch reingeraten, Mia. Ja. Weißt du wirklich, wo du hingehst? Die Familie hat mir da Essen durchgereicht. Ich erinnere mich. Du kannst nicht hin? Du kannst es nicht hinzuhalten. 1,2,3. 1,2,3. sehr schön ja dann öffne die tür ja jetzt wird sie erstmal ja so wie die mir da allein zu lassen jetzt geht sie hoch wie es aussieht werden wir hier sogar schon erwartet hallo ach ja überhaupt nicht gut hallo nein lass es bitte lass es lass es warte mia lass es sein aua man ich kann sie hören ich kann fühlen wie sie sich in mich zurückkämmt das tat bestimmt weh was zur hölle bist du mir das ist ne gute frage lassen wir heilen hallo oh Komm her. Alter. Komm her. Komm. 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 Hallo. Komm her. Ich bin froh, dass es automatisch funktioniert. gespeichert hat hier. Ich bin froh, dass es hier automatisch gespeichert hat. Ich dachte noch, oh Gott, ich habe gar nicht gespeichert. Okay. Komm her. Ja, ich komme ja schon, Mia. Hallo Mia. Ach man. Nein. Ja, komm. Hallo. Hallo. Mann, hallo. Ja, kannst du das? Lass mich in Ruhe. Ich war böse. Ich verdiene das. Das tat bestimmt weh. Was zur Hölle bist du, Mia? Ich bin froh, dass du das? Alles. Ich bin froh. 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 Komm her. Komm. Komm ins Gesicht. Komm. Tut mir leid. Hier ist nichts drin. Das Telefon klingelt. Ja. Machen wir. Oh, natürlich ist sie weg. Holen wir uns erstmal die Sicherung. So. Haben wir uns die Sicherung schon geschnappt? Natürlich nicht. Weil ich zu voreilig bin. Das ist geskriptet. Ja. Oh doch, das wollte ich. Äh, ja. Ja. Komm. Lass die Wege weg. Komm. Komm. ja dann verspreche es mal gib mir meine hand wieder meine hand hallo hand audio kassette 1 audio kassette 2 dann speichern wir mal neue speicherdaten ja wird gespeichert bitte schalten sie den pc nicht aus haben wir gespeichert ach wenn ich gerade gar nicht gucken dann beende ich hier schon mal den part vielen dank für zuschauen und wir sehen uns am nächsten part wieder cao